Namaste und herzlich willkommen zum neunten Tag unserer Reise. Heute möchten wir euch ein Mantra aus der Sikh-Tradition vorstellen. Das Schöne bei der Sikh-Tradition ist, dass man jedes Mantra wie einen lebenden Guru verehrt und ehrt. Und das ist es, was es tatsächlich ist, der Guru. Übersetzt bedeutet das Wort Guru, derjenige, der uns aus der Dunkelheit ins Licht führt. Jedes Mantra hat also das Potenzial, den Schleier der Illusionen zu lüften, die Dunkelheit zu vertreiben. Dieses Mantra ist in Guru Muki. Die meisten Mantras, die wir chanten oder die wir gesungen haben, waren in Sanskrit. Guru Muki ist die Sprache der Sikhs und im Sanskrit sehr ähnlich. Die Worte sind Ad-Gure-Name und bedeuten, ich verbeuge mich vor dem höchsten Guru. Name in Guru Muki drückt dasselbe aus wie Namo oder Namaha und bedeutet, wie auch in den anderen Mantras, ich verbeuge mich vor oder ein respektvoller Gruß. Ad-Gure-Name, Jugaad-Gure-Name, ich verbeuge mich vor der Wahrheit, die immer existiert. Sat-Gure-Name, ich verbeuge mich vor der wahren Weisheit. Siri-Guru-Deve-Name, ich verbeuge mich vor der großen göttlichen Weisheit. Dies ist ein Schutzmantra, das die schützende Energie des Universums aufruft. Traditionell wird dieses Mantra zu Beginn einer Reise gechantet. Es ist gut, sich dieses Mantra ins Gedächtnis zu rufen, wenn man sich in sein Auto oder ins Flugzeug setzt. Und es wird traditionell auch dreimal hintereinander gechantet. Ad-Gure-Name, Jugaad-Gure-Name, Sat-Gure-Name, Siri-Guru-Deve-Name. Lass uns den Orden uns wieder aufsuchen, der sich in unserer bequemen Körperhaltung mit aufrechtem Rücken und Präsenz widerspiegelt. Und je ruhiger unser Verstand wird, desto ruhiger wird unser Körper. Und je ruhiger unser Körper wird, desto stiller wird unser Verstand. Ad-Gure-Name, Jugaad-Gure-Name, Jugaad-Gure-Name. Sat Gure Nami Sat Gure Nami Siri Guru Devi Nami Shhhat Gure Nami Shhhat Gure Nami Shhhat Gure Nami Sat Gure Nami Amen. Amen. Juga kure namen, sa kure namen, siri kure namen, siri kure namen. Juga kure namen, sa kure namen, siri 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 kure namen, Amen. 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 Siri Gurudev, Amen. Siri Gurudev, Amen. Siri Gurudev, Amen. Sah einfach hier. Ein friedvoller Augenblick, den wir zusammen erleben. Namaste. Wir wünschen dir eine schöne Zeit und allen Segen. Namaste. Namaste. Schle�ze nicht. Schle�ze nicht. Untertitelung des ZDF, 2020